Ich koordiniere den Bildungsbereich in einer NTO, ich koordiniere die Kursangebote, ich koordiniere die Trainerinnen, ich schaue, dass die Kurse möglichst zielgruppenorientiert abgehalten werden können und ich verwalte die vorhandenen Ressourcen möglichst so, dass es für alle möglichst viel Sinn macht. Also wenn ich in der Arbeit ankomme, dann werde ich normalerweise mit sehr vielen Anfragen und jetzt sofort löst das Problem Fragen bombardiert. Meistens geht es darum, Vertretungen zu organisieren, gerade am Montagmorgen. Die Trainerin X ist krank, wer kann sie vertreten? Im Kurs so und so sind nur mehr drei Frauen da, was machen wir jetzt, müssen wir nachbesetzen, wer ruft die Warteliste durch? Ich habe relativ viele Meetings meistens schon vorgeplant, wo es darum geht, zum Beispiel neue Anträge für Förderungen zu schreiben oder wenn ein Antrag nicht genehmigt wurde, einen Plan wieder umzudenken, den man schon gehabt hat, mit Kürzungen zurecht zu kommen. Also wenn man einen Antrag geschrieben hat und es kommt weniger Geld, als erwartet, auch wieder umplanen. Dann geht es auch darum, Teamsitzungen abzuhalten. Also das ist meistens dann Mitte der Woche, nicht am Montagmorgen, dass eine Teamsitzung geplant ist. Ich schaue, dass sie trotzdem immer noch zum Unterrichten kommen. Das heißt, ich werde auch selber noch schauen, dass ich Unterricht vorbereite oder mir meine Unterlagen zurechtlege. Oft ist es auch so, dass ich Termine mit Interessentinnen oder Volontärinnen ausmache, also Leute, die sich den Beruf anschauen wollen und die einladen und sie mal durch unsere Einrichtung führen und mit ihnen ausmachen, in welcher Weise sie sich einbringen wollen. Das ist auch sehr oft. Es ist in NGOs oft so, dass man einfach Pläne hat und Pläne sehr schnell wieder umwerfen muss. Und das bedeutet, dass sie wirklich auch verfügbar sein muss, um das zu tun. Das ist, was, glaube ich, auch sehr NGO-spezifisch für das Feld ist, wenn man von Förderungen abhängig ist, dass man viele Sachen einfach nicht in der Hand hat. Ich kann nicht sagen, ich weiß, zu dem Kurs, der hat eine große Zielgruppe, den haben wir sicher voll, also kann ich den sicher finanzieren, weil unsere Teilnehmerinnen in dem Fall keine Kursgebühren bezahlen, sondern weil wir von Förderungen finanziert werden. Sondern ich kann sagen, das wäre eine super Idee, schreiben wir da den Antrag, wenn er finanziert wird, dann können wir den Kurs durchführen. Und das geht dann meistens sehr kurzfristig. So, jetzt ist die Förderung da, übermorgen soll der Kurs starten, hast du die Trainerinnen, habt ihr schon Teilnehmerinnen? Go, go, go! Und das ist was, mit dem ich erst zurechtkommen musste. Also, dass ich zwar Pläne habe, wie es sein könnte, dass die aber auch sehr schnell wieder umgeschmissen werden können. Also man darf in meinem Feld nicht so sehr verliebt in die eigenen Pläne sein. Das sind, es geht nicht ohne. Man kann nicht reinkommen und sagen, ja, schauen wir mal, was passiert. Wenn es gut geht, machen wir so. Sondern man braucht einen guten Plan und man muss den guten Plan sehr schnell in einen anderen guten Plan umwandeln können. Das ist sicher etwas, was eine Bildungsmanagerin in meinem Bereich, also mit Förderungen, tun können sollte.